Musik Das magst du reale mitnehmen Euer Rate, Ausweichsrate nehme ich hier auf jeden Fall. Gerade später mit Ausweichen wäre ganz geil. Aua, scheiß Schuss getroffen. Das Spiel, warum soll ich nutzen, ne? Ich muss auf Flächenschaden bereich, mehrere Explosionsquellen detonieren in einer einzelnen größeren Explosion. Aber können wir da auch mal ein Minus einstreichen, oder? Mach ich. Das Spiel hört sich gut an. Oh mein Gott! Oh nein! Da liegt ja immer noch! Geht rauf! Aus Eierlicht! Oh mein Gott! Aua! Boah! Boah! Der ist aber hart! Und der ist schnell! Alter, der kratzt mir voll die Energie weg! Oh mein Gott! Das ist so schön. Ich hab jetzt schon mal ein wenig Zeit gemacht. Ich hab jetzt noch mal ein wenig Zeit genommen. Ich hab jetzt da noch ein paar Sekunden geschlossen. Also hab ich mit der Kratzen gekauft. Ich hab jetzt noch ein wenig Zeit gemacht. Ich hab jetzt noch ein wenig Zeit, aber die Kratzen gemacht. Nehmen wir noch Crit-Wid rein, 50% der Crit-Chance. Ja genau, dashen die alle mit V3 hier. Die Chancs waren auch mit 12% drin. Oh, ich hab was Gutes. Boah, ich brauch ein bisschen Leben. So, ich hab was Gutes. Aber jetzt wird's weh. So, ich hab was Gutes. Puh. Oben, rechts, neben. Weiß nicht. Ich schießt ja sowieso alles, ich grabe kurz und klein. Ich glaub es war viel weißer weg. Wir gehen weiter runter. Ich fände schon gleich noch eine. Rückstoß, cool. Ich hab's nicht. 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 Och nicht gut, die kleinen Viecher, Mann. Oh, oh. Na guck mal, maximale Gesundheit Nummer 20 dazu, geilo. Mübelzweck gelaufen. Alles brennt hier. Bewegungsgeschwindigkeit mit drin, nehmen wir mit. Geilo. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Mehr Projektilschaden und Gesundheit Untertitelung des ZDF, 2020 Vergesst nicht, wie anstrengend das Spiel wird Untertitelung des ZDF, 2020